Chillen, Ruhe, Natur ins Grüne. Ich habe gehört, ich muss nämlich einen ganz kleinen Koffer nehmen. Wir sind ja ökologisch und nachhaltig unterwegs. Wo geht's hin? Das Reisen gehört zum Menschsein dazu. Jetzt kann man darüber diskutieren, in welcher Form. Das ist natürlich ein bisschen ein Pfadfinderlager für Erwachsene, habe ich das Gefühl gehabt. Ist jetzt aber nett, oder? Ist der echt? Ich glaube, wir müssen das Reisen auch noch erfinden. Das finde ich wunderschön. Nachhaltiger, glaube ich, wie das geht's nicht, oder? Aber warte, genießen. Der Weg ist das Ziel. Ja, ich hoffe, unser Zug hat vielleicht verspätet. Jetzt hoffen wir auf die klerische Pünktlichkeit. Jetzt hab wir es schnell. Wir haben den versammt. Na super, und jetzt ist kein Zug da. Geht nicht. Nicht nachhaltig. Es ist jeder Moment irgendwie intensiver. Geil! Man macht es irgendwie bewusster. Man lebt halt einfach viel mehr. Ich glaube, wir sind da. Wie leben wir dieses Thema Umwelt? So ist man noch nie gemacht. So ist man noch nie gemacht. WDR het im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020